Sieht immer welche aus, so. Silke, guck doch mal! Ist das so ein Hässer? Ja, das ist so ein Hässer. Probier's. Hallo. Hallo, hab dich spricht. Cool. Ich komm nicht rein, ich brauch Schmerz. Hast du halt auch? Bestimmt nicht. Schmerz. Schmerz. Guck mal die Zeit. Kannst du mir haben? Bestimmt. Das geht echt besser. Stunden lang. Marcel, mich noch nicht. Ich bin noch in der Vorbereitungszeit. Fischi? 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 Hol, ich colour mit... Guck mal... Fischi? Die sind viel zu klein, das ist mein Problem, Schatz, aber ich bin so zu vertraut. Das ist ja richtig geil. Alter, die sind ja viel zu klein. Die sind echt viel zu klein. Oh, ich brauche die 7. Das ist wirklich voll.